Cora Schumacher hat in einem Interview ihrem Frust Luft gemacht. Ex-Mann Ralf Schumacher hat sie damit schon gegen sich aufgebracht. Jetzt mischt sich auch ihr Ex-Freund Danny Heydrich ein. Ob Ralf Schumacher sie jemals geliebt habe, fragt sich Cora Schumacher in ihrem emotionsgeladenen Interview mit dem Spiegel. Ralf hat sich danach öffentlich gegen Cora gestellt, teilte private Chats, um Coras Aussagen, zumindest teilweise, der Lüge zu überführen. Sie nannte das Verhalten ihres Ex-Mannes daraufhin in einer Instagram-Story erbärmlich. Doch jetzt wirbelt noch jemand die eh schon turbulente Episode auf, Coras Ex-Partner Danny Heydrich. Danny Heydrich springt Ralf Schumacher zur Seite.Cora und Danny lernten sich 2020 in ihrer Dating-Show Coras House of Love kennen. Die Liaison hielt nur kurz und endete in einem öffentlichen Rosenkrieg. Unter einem Social-Media-Posting von Ralf Schumacher, wo er Coras Aussagen zu entkräften versucht, schaltet sich Danny nun ein. Schon 2020 war das ein großes Thema am Telefon zwischen ihr und einem bekannten Österreicher, so Danny in den Kommentaren. Wer der bekannte Österreicher ist, wird jedoch nicht aufgeklärt. Weiter schreibt er, mehr braucht es nicht, als auch diesen Chat-Verlauf. Dieses ständige Unwahrheit-Enwerbreiten sollte nun endlich ein Ende haben. Damit hat sie auch andere Wege verbaut. Auch hier bleibt offen, was Danny Heydrich meint. Der Kommentar wird jedoch von einigen anderen Usern mit einem Like markiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Heydrich sich zu Ralf und Cora äußert. In einem Interview mit dem Newsportal Promiflash sagte er, ich glaube, dass es zwischen den beiden eine Hassliebe ist. Cora und Ralf Schumacher heirateten 2001, trennten sich 2009. Erst 2015 wurde die Ehe geschieden. 2020 suchte Cora im TV einen neuen Partner, lernte so den Profiboxer und ehemaligen Big Brother Bewohner Danny Heydrich kennen. Die Beziehung hielt nur wenige Wochen. Mhm.